Herzlich willkommen zur Küchenschlacht. Ein Applaus, der Ihnen gehört. Eine außergewöhnliche Woche wieder bei uns hier in Hamburg. Liebe Zuschauer, wir freuen uns sehr, dass Sie trotzdem zuschauen. Ich kann Ihnen versprechen, wir werden Ihnen heute viele Tipps und Tricks bieten können, damit Sie zu Hause Ihren Küchenalltag verbessern, verschönern können. Und das ist nur möglich, weil ich tolle Kollegen bei mir habe, die gemeinsam mit mir dann kochen werden. Ich freue mich sehr und begrüße Sie ganz herzlich. Zunächst mal begrüße ich Björn Freitag. Herzlich willkommen. Hallo Johann. Dann begrüße ich Mario Kodaska. Herzlich willkommen. Und ich begrüße natürlich auch ganz herzlich Nelson Müller. Moin, mein Lieber. Also drei tolle Kollegen, die natürlich jetzt versuchen werden, Ihnen, liebe Zuschauer, zu Hause, wie gesagt, das Kochen näher zu bringen. Wir haben eine außergewöhnliche Situation, aber nichtsdestotrotz, wir wollen natürlich das kulinarische Thema nicht vernachlässigen. Wir wollen Ihnen zu Hause auch ein klein wenig Freude bereiten. Übrigens, der Juror nachher wird sein, Christoph Rüffer. Und ich bin sehr gespannt, was er zu dem Essen sagen wird, was seine Kollegen dieses Mal zubereiten. Ich darf jetzt hier bei drei Profis essen und ich habe heute hier quasi das Große losgezogen in diesen schweren Zeiten, dass ich einfach mal fantastisch essen darf, ohne dass ich auch jetzt selbst kochen muss zu Hause. Und ja, ich futter mich heute hier lecker durch die Gerichte durch. Und ich bin sehr gespannt. Jetzt geht's los. An die Töpfe. Fertig los. In 35 Minuten gibt es heute das Leibgericht. So und los. So, ihr Lieben. Lieber Björn, ich freue mich so sehr, dass du mitmachst. Herzlichen Dank. Eine Zeit für uns alle. Nicht ganz einfach, aber auch eine Chance, ich glaube, ein bisschen mehr Wert zu legen auf das gute Essen, wenn man zu Hause ein bisschen mehr Zeit hat. Was wirst du uns heute zeigen? Ja, in der schweren Zeit brauchen wir, glaube ich, Gerichte, die auch so ein bisschen die Seele erwärmen. Obwohl das Wetter ja gar nicht so schlecht ist draußen. Aber ich mache heute mal Königsberger Klopse. Das habe ich leider so ein bisschen verlernt, weil du kennst das ja wahrscheinlich, man kocht für sich selber nie groß, privat. Und seitdem meine Frau kein Fleisch mehr isst, mache ich auch leider nie mehr Königsberger Klopse. Und da habe ich heute gesagt, ich muss das mal wieder machen. Und ich hoffe natürlich, dass dem Christoph die gut schmecken. Also Königsberger gab es bei uns gefühlt einmal im Monat. Da war ich als Kind gar nicht so begeistert. Ich mochte eigentlich lieber als Kind Frikadellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dazu mache ich ein bisschen Kartoffelstampf einfach, so mit Olivenöl gestampft. Und ja, ansonsten mache ich die eigentlich relativ klassisch. Also Kalbshack, ne. Kapern, die ich früher als Kind überhaupt nicht mochte, die habe ich dann immer aus dem Königsberger rausgepult. Und ansonsten ist mein Geheimnis natürlich immer, dass ich noch schön angefeuchtete Brötchen mit reinmache. Weil kennst du das, diese Frikadellen, die du an der Tankstelle kaufen kannst, die oft so zäh sind wie Bremsklötze. Da kannst du Tennis spielen. Und das dürfen natürlich die Königsberger heute nicht sein. Und deshalb mache ich noch ein bisschen eingeweichte Brötchen mit rein. Und spart auch Geld. Darf ich eine Frage stellen? Also, gab es auch bei Rasierschaum Hamsterkäufe? Ja, gab Hamsterkäufe. Also ich wollte einfach mal jetzt mich treiben lassen so ein bisschen. Ja, deshalb habe ich mich noch nicht rasiert. Aber Johann, ich kann dir sagen, wenn ich heute drei Punkte bekommen sollte, rasiere ich mich für morgen dann. Okay, das ist ein gutes Stichwort. Natürlich bekommt ihr nachher für euer Essen auch eine Bewertung. Der, ja unter Anführungszeichen, Beste bekommt drei. Der zwei Beste zwei. Und natürlich dann, zu guter Letzt, gibt es noch einen Punkt. Aber das spielt erstmal keine Rolle. Ich glaube, wir wollen Ihnen einfach das Leben ein bisschen, ja, das schmackhafter machen, wenn ich so sagen darf. Einfach kulinarisch wertvoller machen. Lieber Mario, was hast du heute vor, das Leibgericht? Ich habe ein Leibgericht meiner Familie heute mitgebracht. Ich mache ein paniertes Schnitzel mit Spiegelei, Bratkartoffeln und Gurkensalat. Und das ist bei uns zu Hause ein Gericht, was wirklich alle Familienmitglieder gerne essen. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich sagen darf, ich mache Spiegeleier von meinen eigenen Hühnern. Die haben ich extra mitgebracht. Was heißt das? Du kommst ja aus Köln. Gibt es da Hühner bei dir vor der Tür, oder wie? Nein, nicht bei mir vor der Tür, aber wir haben so, ich glaube, man würde es fachlich richtig als Nutzgarten bezeichnen. Also wir sind Mikroerzeuger, wir stecken Kartoffeln in die Erde. Hier sieht man dann das Foto bei dir. Wir haben vier Hühner und die legen in der Tat jedes Huhn jeden Tag ein Ei. Und gestern habe ich es ja aus dem Stall rausgeholt und das Schöne an diesen Eiern ist, da ist halt kein Stempel drauf. Und du siehst es dann gleich, wenn ich das Spiegeleier in die Pfanne haue, dass das Eigelb halt noch so richtig prall ist und schön in der Pfanne steht. Wie heißen die Hühner? Die Hühner heißen, eins heißt Curry. Ein Curryhuhn. Das hat sich meine Tochter so ausgesucht, den Namen. Das von meiner Frau heißt Flocke. Das von unserem Sohn Moritz heißt Jedi. Und meins heißt Bertha. Ja, ich finde es durchaus ein bisschen wichtig, dass man den Kindern auch diese Nachhaltigkeit erklärt. Und dass man natürlich auch sagt, das sind Nutztiere. Auf der einen Seite geben sie uns jeden Tag ein frisches Ei. Und es ist einfach so, dass irgendwann dieses Huhn, wenn es dann nicht mehr so ganz frequent die Eier legt, wird es dann enden bei uns im Kochtopf. Das ist nun mal so. Und das Schöne an so einem Huhn ist wirklich, und der Spruch ist einfach nur wahr, jeden Tag ein Ei. Sonntags auch mal zwei. Das kann ich jetzt nicht so wirklich bestätigen. Aber wir haben da wirklich jeden Tag frische Eier. Und da geht mir so ein bisschen das Herz auf. Das ist eigentlich für mich was sehr, sehr Schönes. Lieber Nelson, herzlich willkommen. Erstmal schön, dass du auch mitmachst. Wir freuen uns sehr. Was gibt es denn bei dir heute? Ich mache ein Skrei, Kabeljau. Also Kabeljau, ja. Kabeljau mit einem Bohnensalat, Farfalle, Barbecue-Bohnensalat. Also so ein Salat, den man auch zum Grillen verarbeiten kann. Und dazu eine Paprikasauce. Also ich muss sagen, Respekt, weil hier sind gleich fünf Bestandteile schon beim Leibgericht am ersten Tag versammelt. Nämlich Skrei, Bohnensalat, Barbecue-Vinaigrette, Farfalle und der Paprikasut. Fünf Sachen. 35 Minuten. Tricky. Sehr tricky. Ich habe ja mediterran gelernt. Mein erster Betrieb auf Sylt bei Holger Bodendorf. Das war mediterrane Küche. Da haben wir sehr viel Nudeln gemacht und Gnocchi gemacht und so weiter. Deshalb habe ich auch hier zwei Nudelteige gemacht. Einen mit Kurkuma eingefärbt, einen mit Tintenfischfarbe. Und das ist ganz einfach, das Rezept. Also jetzt gerade in der Zeit, wo alle viel Mehl zu Hause haben, wirklich zwei Eier, bisschen Olivenöl, bisschen Salz, Mehl dazu. Ich habe diesen Nudelgrieß, der ist ein bisschen gröber. Und zum Teil zusammenrühren. Die Rezepte gibt es natürlich auch auf unserer Seite. Und ja, das war's. Zusammenkneten, ruhen lassen und dann kann man es entweder mit einer Nudelmaschine ausrollen. Oder du weißt es selber, wenn man es zu Hause nicht hat, mit einem Nudelholz. Ja, und ich finde gerade jetzt hat man Zeit. Und ich habe auch natürlich ein bisschen Zeit hier. Ich möchte auch gerne was kochen für die Zuschauer. Was relativ einfach ist, ich habe hier nämlich Mehl, Eigelb, Eier, Muskatnuss und Salz gemischt. Und habe jetzt einfach hier rote Beete mit so einer Reibe hier einfach gerieben in so ein Küchenpapier rein. Ich mache nämlich jetzt einfach Spätzle mal. Die Kinder lieben ja auch Farben zu Hause. Rote Beete ist sehr gesund. Und so. Und da muss man jetzt einfach hier, sehen Sie hier, einfach den rote Beete-Saft auspressen. Und dann macht man daraus einen Teig und hat man da so eine schöne Farbe. Rote Beete-Saft ist übrigens sehr gesund. Auch morgens so entsaftet mit Kartoffeln und Sellerie zum Trinken. Mein Schwiegervater hatte mal Krebs, der hat das jeden Tag getrunken. Das hat ihm offensichtlich auch geholfen. Also Sie sehen hier ein bisschen kreativ sein, gleichzeitig auch die Inhaltsstoffe der Produkte berücksichtigen. Und schon haben Sie mal dann Spätzle, die etwas anders aussäen. Und dann schieben die nachher mit Käse in den Backofen. Aber lieber Björn, mich interessiert natürlich jetzt erstmal deine Zubereitung der Klopse. Was kommt denn da alles rein? Also ich mache jetzt auch ein bisschen frische Petersilie noch mit rein. Ich glaube, das ist nicht klassisch. Ich mache ein paar Kapern gehackt mit rein. Und ein paar Kapern in die Sößchen nachher. Und Senf ist immer meine Geheimzutat. Ich bin so ein, ja, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich nähe Düsseldorf wohne. Aber Senf ist für mich immer ganz wichtig. So der natürliche Geschmacksverstärker Nummer eins für mich. Und was mache ich denn sonst noch rein? Ich habe ein bisschen rotes Paprikapulver hier, Piment des Palette mit rein. Wer piept denn hier die ganze Zeit? Ich bin das, aber ich weiß auch nicht, wie... Ah, Nelson. Ja. Ich weiß nicht, warum. Ja. Ist dein Fisch schon gar, Nelson? Nee, das ist... Boah. Wo geht das Ding auf? Ja, gut. So. Alter. So, also es geht weiter bei dir, Björn. Also wichtig ist natürlich einen guten Fond erstmal zu kochen. Ich habe schon mal einen Kalbsfond fertig mitgebracht, den pimpe ich gerade noch mit zig Wurzelgemüsen, also mit klassischen Suppengrün, ein bisschen Thymian rein. Und dann passiere ich den gleich wieder und der Rest vom Geschmack kommt ja dann über die Klopse und das ist halt ganz wichtig hinterher, dass du eine schöne, kräftige Soße hast, die auch nicht mit zu viel Mehl abgebunden wird, weil Mehl raubt ja auch immer Geschmack. So, und was ich noch nie mochte, aber ich muss es jetzt tun, das für mich ähnlich wie Leber zu probieren, ist rohes Hack zu probieren. Also außerhalb ist es so leicht gepökelt, so als Mett, aber ich muss es jetzt machen. Also es tut mir leid, lieber Björn, ich war jetzt etwas abwesend, ich habe zwar zugehört, aber du siehst hier, ich habe einen halben Teig auf meiner Jacke und auf den Fingern irgendwie, hier habe ich den Mixer nicht zum Stoppen gebracht. Aber steht dir, Johann. Ja, steht mir, gell. Rosa ist die neue Farbe jetzt. Wahnsinn, okay. Hensl hatte doch auch mal rosa Jacken. Ja. So, macht aber nichts, wir machen weiter. Ich erzähle mal ganz kurz, was habe ich alles drinnen. In dem Teig, ich habe drinnen Mehl, Eigelb, Eier, dann habe ich drin Muskatnuss, Salz, dann habe ich auch drin, so, Stecker raus, das ist wieder auf Schluss. Dann habe ich noch drinnen Salz, Pfeffer und ja, das ist eigentlich alles, Rote-Bete-Saft. Und jetzt habe ich hier so einen richtig schönen Zehnteig, das ist, glaube ich, ganz wichtig, das kann man sehen. Und daneben habe ich jetzt Salzwasser und da kommt jetzt der Teig rein natürlich mit einer Spätzle. Spätzle-Presse, man kann es ja auch von Hand schauen, aber ich finde, das ist mir jetzt zu aufwendig und wir wollen am Ende auch ein fertiges Ergebnis haben, damit Sie sehen, wie man zu Hause Spätzle einfach mal schnell anders machen kann. So, rein damit. Und dann ist es wichtig, wenn die aufgekocht haben und an der Oberfläche schwimmen, einmal kurz dann mit. Oh. Oh, Leute. Der Teig ist zu dick, glaube ich. Ich werde mal schauen jetzt hier. So, schauen wir mal, ob der geht. In den Zeiten, wo die Fitnessstudios ja zuhaben, ist das eine gute Übung, Johann. Jawohl, guck mal hier, schau geht doch. Das sind eher Spaghetti, aber macht nichts. Schau her. Was machst du da, Johann? Johann, ich habe auch nicht aufgepasst. Was machst du da? Ich versuche Spätzle. Ich habe das Gefühl, das wären Spaghetti. Österreichische Spätzle. Ja, genau. Ganz Baden-Württemberg wird dich jetzt anrufen, glaube ich. Mario, komm, mach du weiter, schaut nicht zu hier, macht eure Sachen. Ich kriege ja keine Punkte heute, ihr kriegt Punkte, so. Okay, mach dir halt. Ja, ich bin jetzt unmittelbar davor, die Schnitzel zu plattieren. Wunderschöne Kalbsschnitzel aus der Oberschale. Und ja, ich mache das genauso wie eigentlich jeder andere auch. Zwischenfolie kommt jetzt gleich hier der Schnitzelhammer zum Einsatz. Achtung, es wird ein bisschen laut. Und dann versuche ich hier schöne kleine Schnitzelchen zu klopfen, damit sie auch dann zart sind. Dann werde ich sie panieren. Ganz klassisch nicht, denn ich habe mich entschieden, in meine Panierung noch so ein bisschen Cornflakes einzuarbeiten. Und das hat einfach deshalb den Grund, ja, weil das ist bei uns zu Hause ein Gericht, das essen wirklich alle vier. Wir haben ja gerne mal die Situation, dass wir so ein leichtes à la carte Restaurant sind. Wenn es zum Beispiel Nudeln gibt, dann sagt meine Tochter, sie möchte Pesto dazu. Und der Große sagt dann, er möchte aber Tomatensauce dazu. Und ja, ich versuche diese Wünsche zu erfüllen. Scheiße, mir verbrennt hier gerade die Butter. Hier? Ja. Aber dann, boah, nee, wird es doch zu dunkel. Ah, so ein Mist. So ein Nussbutter ist braun genug. Sag mal, ich habe ja gehört, Mario, man kann den Krisenzeiten auf Toilettenpapier panieren. Also doof ist natürlich, wenn man kein Toilettenpapier mehr hat. Aber das löst sich auf in der Eihülle. Und dann ist man halt nur die Fanade von außen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gemacht. Hast du schon mal Klopapier paniert? Nee, darf ich jetzt mal etwas, eine Gewissensfrage in euch stellen. Könnt ihr mir erklären, warum gerade in Deutschland man so nach Klopapier hamstert? Was ist der Grund dafür? Gibt es da wirklich eine Erklärung? Ehrlich jetzt. Ja. Was sag ich so, Nettchen? Ich möchte an der Stelle gerne mal eine Anekdote erzählen. Schauen wir mal zu viele Kochseignungen und kochen und essen. Nein. Also bei uns zu Hause ist es ja wirklich so, die Kinder sind zu Hause. Wir sind momentan zu viert. Und es begab sich die Situation, dass meine Frau dann zu mir sagte, Schatz, es ist jetzt wirklich wahr, wir haben noch zwei Rollen Klopapier zu Hause. Ja. Also habe ich gesagt, okay, das ist ein Fall für mich. Ich mache mich mal auf den Weg. Und ich bin in der Tat in sieben verschiedenen Geschäften gewesen. Und im siebten habe ich dann Toilettenpapier gefunden. Das wird ja mittlerweile gar nicht mehr von den Paletten in die Regale reingeräumt, sondern da nimmt sich das jeder selber. Ich kann es nicht erklären, warum es so ist. Ich weiß nicht, ob es euch vielleicht ähnlich ging. Ich habe mir dann erlaubt, eine Zehnerpackung Toilettenpapier zu nehmen und den anderen auch noch was da zu lassen. Aber warum dieses Phänomen so ist, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube, dass es so ein bisschen was auch mit so einem Sicherheitsgefühl zu tun hat. Ich glaube, das ist ganz viel Psychologie, dass die Leute eben damit assoziieren, mit Klopapier, ja, fühle ich, ist alles da. Es sind meine Hygienebedingungen irgendwie erledigt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein deutsches Ding irgendwie. Also ich habe jetzt gehört, dass gerade in Deutschland eben viel Klopapier gekauft wurde. Aber ja, ich frage mich auch, was die Leute mit dem vielen Mehl und so weiter machen. Aber ich glaube, das sind wir selber schuld, Johann. Weil wir sind versorgt, aber wir machen uns das selber kaputt, die Versorgung, indem wir dann diese Hamsterkäufe machen. Und das nervt mich auch total. Und ich glaube, es gibt auch andere Möglichkeiten, sich den Popo sauber zu machen als mit Klopapier, oder? Ja, mit Sicherheit. Aber ich sage mal, das kann ja nicht unser Hauptproblem sein. Es gibt ja genügend andere Dinge, glaube ich, die wichtig sind. Deswegen finde ich auch jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal in eigener Sache was sagen darf, so wie wir heute, liebe Zuschauer, nehmt euch ein bisschen mehr Zeit zum Kochen. Auch mal Dinge ausprobieren, die ein bisschen Zeit kosten, früher zu mir geheißen, ich habe keine Zeit. Jetzt haben wir einfach Zeit. Und jetzt sollten Sie einfach auch bei den Kollegen und bei mir mal genau zuschauen. Vielleicht kann man jetzt zu Hause ein bisschen, nicht aufwendig, aber vielleicht aber ein bisschen was anders kochen, was ein bisschen länger dauert. Dann hat man vielleicht Spaß. Und ich glaube, die Kinder mit einbeziehen, die Familie mit einbeziehen, da macht Kochen auch richtig Spaß. Also das ist nur ein kleiner Tipp von mir. Versuchen Sie es mal. Johann, und ich habe noch einen zweiten Tipp für zu Hause. Guckt lieber ZDF und nicht die Streaming-Dienste, weil damit macht ihr das ganze Internet in Deutschland kaputt. Oder? Ja, das Internet bricht zusammen in Deutschland, weil alle natürlich nur noch Streaming-Dienste gucken. Also mit dem ZDF macht ihr das natürlich nicht kaputt. So, wir machen jetzt aber weiter. Ich schneide hier gar die Schalotten und etwas Knoblauch gleich noch. Werde nämlich jetzt beides in einer Pfanne mit Butter anbraten, den ich... Oh, sorry, das war der Mixer. Ich habe nämlich hier gerade schon mal meine, ja, Quasi-Spätzle oder vielleicht auch eine Art von Brote-Bete-Spaghetti im Eiswasser abgeschreckt. Die sind sehr schön bissfest. Und die werden jetzt gleich dann zusammen mit angebratenen Schalotten oder Zwiebeln und Knoblauch in eine Auflaufform gegeben, mit Käse. Aber ich würde mir gerne jetzt mal beim Nelson fragen, wie weit er denn ist mit seiner Leibspeise. Wer bist du denn? Ja, sieht ganz okay aus. Also ich habe jetzt ein schönes Bohnen-Ragout hier vorbereitet. Da habe ich diese dicken Bohnen genommen. Die gibt es im Tiefkühler. Oft ist es ja auch so, dass das Gemüse, was tiefgekühlt ist, teilweise mehr Vitamine noch enthalten hat als frisches Gemüse. Es kommt immer darauf an, wie lange das lagert. Und jetzt gerade in der jetzigen Zeit sind natürlich Tiefkühlprodukte gar nicht so schlecht, weil man sie natürlich lange aufheben kann und auch immer wieder die Menge sich dazu holen kann, die man braucht und so wenig Verluste hat. Also das wirklich wunderbar mal ausprobieren. Dann diese Bohnen, die döpp ich. Also man kann sie mit der Schale nehmen. Ich mache es aber ohne. Das heißt, einfach hier so rausflutschen lassen hier. Einfach so draufdrücken und dann flutschen die so raus. Das kann man auch wunderbar als Spiel für Familien, als Wettbohnen-Dippen machen. Und dann, Johann, habe ich aus der Dose so die weißen Bohnen, die roten Bohnen. Kann man natürlich auch getrocknet, frisch machen, aber jetzt in der Kürze der Zeit geht das wunderbar so. Der Bohnensalat, denke ich, ist aus grünen Bohnen gemacht. Toll wäre, wenn Sie Ihre grüne Farbe behalten würden und wenn Sie noch leicht knackig sind. Der Clou an der Kiste jetzt hier ist, dass ich ein bisschen Barbecue-Soße dazugebe. Also kalt und dann wirklich einfach ein bisschen Barbecue-Soße dazugeben. Müsst ihr echt mal ausprobieren. Also auch im Sommer zu Fleisch so ein leckerer Bohnensalat. Ich schwöre es dir. Das hat dann so eine gewisse Würze. Barbecue-Soße ist meistens ja sehr herzhaft. Genau und durch den hellen Balsamico und durch das Öl und dann gebe ich noch ein bisschen Kirschtomaten dazu, ein bisschen Frühlingslauch. Und dann bekommt das halt so einen leicht amerikanischen Grill-Touch. Also wunderschön, ja gut. Mario, bei dir dein Schnitzel schon paniert oder wie weit bist du? Also Schnitzel habe ich paniert. Ich habe jetzt Butterschmalz erwärmt mit dem Oldschool-Holzlöffel-Trick. Denn ich habe mein Kochfeld eingestellt auf Stufe 7. Und du weißt ja dann später, der Schnitzel soll wirklich schön schwimmen. Ich habe die Gurken für meinen Gurkensalat mariniert mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker, damit die jetzt ein bisschen anfangen zu schwitzen, also ihr Wasser lassen. Gleich werde ich sie ausdrücken. Also ich mag Gurkensalat gerne säuerlich und nicht zu süß. Hier im Norden machen viele immer einiges an Zucker am Gurkensalat. Und ich mag den Gurkensalat eigentlich lieber, wenn er nicht so süß ist. So, ganz kurz, Leute, nur kurz für meine roten Beete. Spätzle sozusagen oder auch Spaghetti. Ich habe hier Zwiebel und Knoblauch in Butter angeschwitzt. Ich gebe jetzt hier meine Spätzle dazu. Ich habe vorher das Ganze natürlich kräftig gewürzt mit Salz und Pfeffer schon, damit sich das Gewürz gleichmäßig verteilt. Ihr seht das hier, das sieht schon mal ganz gut aus. Also auch viele Kinder haben vielleicht mit sowas mal richtig Spaß, wenn man da nur eine Bolognese-Soße dazu macht. Auch das ist kleiner Hinweis. So, jetzt kippt man das einfach, machen wir erstmal Petersilie rein. Ziemlich grob gehackt. Dann machen wir rein ein bisschen geriebenen Käse. Das kann jetzt ruhig mit der Reibe passieren, wo vorher die rote Beete dabei war, weil die rote Beete ohne die ist ja schon in Form von Saft bei den Spätzle drinnen ist. So, und jetzt tue ich das einmal kurz durchrühren und dann schütte ich das in eine feuerfeste Form und mache oben noch ein bisschen Käse drauf und dann schiebe ich diese Spätze. Schauen Sie mal hier, jetzt mit der Kamera, schauen Sie mal, wie schön die aussehen hier. So eine Auflaufform, ein schönes Familienessen, geht sehr schnell und ist wirklich ein wunderbares Gericht mit der gewissen Raffinesse. Also auch in dieser Zeit, Leute, muss man nicht nur Spiegelei zubereiten und Spaghetti mit Öl und Essig oder mit Öl und Knoblauch, sondern man sollte auch da nicht vergessen, kreativ zu sein. So, wir tun jetzt einfach hier noch ein bisschen Käse drauf rein und dann schiebe ich rein. Dazu dann, wenn man möchte, noch einen schönen Salat oder Sonstiges. Und schon würde ich sagen, ist zumindest mal bei mir mein Gericht fast fertig, wenn es im Ofen ist. Und wir machen weiter mit dem Björn. Björn, wie weit bist du? Ja, ich bin jetzt hier gerade bei meiner Lieblingsdisziplin und das ist das Abschmecken der Soße. Ich habe jetzt noch, ich weiß nicht, zwölf Minuten Zeit und die brauche ich auch, weil da bin ich so ein Perfektionist einfach. Weil ich liebe so Sößchen. Aus dieser Kalbsbrühe macht man hinterher die Soße. Da gehören viele schöne Kapern rein. Ich liebe Kapern. Dieses Salzige von den Kapern und diesen besonderen Geschmack. Man kann ihn schwer beschreiben. Man hat auch so ein bisschen Säure ist immer mit dabei. Das ist wunderbar. Und ich hoffe auf viel und leckere Soße. Ich habe den Teil der Brühe jetzt in die Soße reingegeben. Also habe früher eine klassische Mehlschwitze gemacht, wie meine Oma halt. Und habe die Butter auch vorher schön braun. Also ein Teil, ich muss ja ehrlich sagen, Teil der Butter ist mehr verbrannt. Ich habe dann hier andere Butter nochmal leicht braun gemacht, weil das finde ich immer sehr lecker bei so Sößchen. So eine leichte braune Mehlschwitze. Dann mache ich so einen Hauch Senf auch hier wieder rein. Und ein bisschen Essig, ein bisschen Zitronensaft. Also wirklich mal zweierlei Säuren. Ja und Johann, was ich dir noch sagen wollte, ich finde ja auch, im Moment ist ja auch, das kennen wir beide auch zu gut, immer mal eine Zeit, wo man nicht nur Zeit für die Familie hat, sondern auch mal für sich selber. Das heißt, Fasten ist ja auch so ein bisschen angesagt. Also ich versuche jetzt wirklich mal, dadurch, dass du keinen Stress hast beruflich, auf Zucker zu verzichten. Also ich versuche jetzt auch hier mal, Gerichte zu kochen ohne Zucker. Ich versuche jetzt dieses 8, 16 Stunden. Also ich esse 8 Stunden, 16 Stunden weniger. Das hilft mir sehr. Und ich muss da auch sagen, man freut sich auch, wenn man nicht immer alles zur Verfügung hat. Das ist auch mal so eine kleine persönliche Einschränkung, wo man sagt, okay, nicht immer nur den Kühlschrank auf und was nehmen, sondern einfach ab und zu mal auf etwas verzichten. Und schon bekommt man eine größere Wertschätzung für Produkte. Und das ganze Thema, liebe Zuschauer, hat natürlich dann auch für uns einen anderen Stellenwert, wenn es um Ernährung geht. Denn man kann die Ware einfach besser genießen, man kann sie besser schmecken, besser fühlen. Ja, man denkt drüber nach, was man isst. Ja, weil ich finde einfach immer, man muss den Leuten das vielleicht auch mal so erklären, dass vielleicht der Körper gebaut ist, um nur eine gewisse Menge Zucker im Leben zu verarbeiten zu können. Also die Bauchspeicheldrüse. Und wenn die das nicht mehr schafft irgendwann, dann rennt man in die Diabetes Typ 2. Und ich finde, gerade in so Phasen kann man ja mal ein bisschen rumexperimentieren und vielleicht mal wirklich auf Zucker und auch wirklich low carb machen, also weniger Kohlenhydrate. Wobei, das koche ich heute nicht. Also der Christoph kriegt von mir, aber der ist ja auch total dünn, der kriegt ein paar Kartoffeln. So, wir haben, meine Lieben, noch ungefähr 10 Minuten. Ich würde jetzt gerne noch mal, dass die Zuschauer zu Hause wirklich lernen. Wir fangen beim Nelson an. Nelson, erklär uns noch mal bitte die wesentlichen Dinge, die wichtig sind, wie man dein Leitgericht zu Hause perfekt nachmachen kann. Bitte. Naja, also im Endeffekt habe ich einen Nudelteig gemacht. Ich glaube, ein Nudelteig ist gerade jetzt in der jetzigen Zeit etwas, was man gut zu Hause machen kann. Ich habe es jetzt ein bisschen aufwendiger gemacht, um ein bisschen zu bespaßen hier. Mit schwarzem Tintenfisch-Nudelteig. Aber das braucht man natürlich zu Hause nicht. Da reicht das. Wenn man ihn ein bisschen gelb färben möchte, geht das mit Safran oder noch besser eigentlich mit Kurkuma, was ja auch medizinisch gesehen richtig gut ist. Dann braucht man einen schönen Fisch. Da kann man aber natürlich auch auf ein Tiefkühlprodukt zurückgreifen, wenn man zu Hause nicht so an Fische drankommt. Dann gibt es diese Bohnen aus der Dose. Und das war's. Und selbst die Nudeln kann man ja auch kaufen. Es geht eigentlich darum, so eine Paprikasauce zu haben, den Fisch, diesen Bohnensalat und dann eben die Nudeln dazu. Mario, bei dir jetzt bitte. Bei mir. Ich, ja, Kartoffelpellen. Also ich habe kleine Kartoffeln mit Salz, Kümmel und Lorbeer aufgestellt, kalt angesetzt, weich gekocht. Jetzt entferne ich hier die Schale, schneide sie in Scheiben. Das werden meine Bratkartoffeln. Also Bratkartoffeln ist wirklich schwierig, weil man muss sie kochen, man muss sie schneien und Bratkartoffeln müssen knusprig sein. Das ist ganz wichtig. Zum Schluss kommt dann noch so ein bisschen Speck-Zwiebel-Panaché da drunter. Dafür habe ich eine Schalotte in Butter angeschwitzt, geräucherten Speck mit Feingewürfel dazugegeben und habe meinen Probeschnitzel in der Pfanne. Denn das Geilste beim Schnitzelbraten ist ja, dass in der Regel... Was heißt Probeschnitzel? Das wird meins. Also, du meinst, das Schnitzel muss erst bei dem Koch schmecken, bevor es den Gästen schmeckt, oder wie? Ja, ich finde, also Schnitzel ist ja irgendwie, es ist wirklich ein Leibgericht und ich finde, ein Schnitzel geht ja immer. Man kann das auch auf so viele unterschiedliche Art und Weisen mit der Panierung so ein bisschen steuern und hier schwimmt es schon schön im Fett. Und ich freue mich da drauf und werde gleich mal probieren, ob es auch ordentlich gewürzt ist und schön knusprig ist. Aber was hältst du von Schnitzel mit Soße? Ich persönlich mag es nicht, weil die schöne Knusprigkeit des Schnitzels immer flöten geht. Und deshalb habe ich jetzt hier im Prinzip ja meine Soße sozusagen, die tarn ich in meinem Gurkensalat. Der wird ja schlotzig mit Schmand. Und es ist dann trotzdem noch feucht genug. Und ich mag auf einen Schnitzel, ich für mich, einfach nur ein bisschen frische Zitrone oben drauf. Okay, ich auch. So, Nelson, du bist gerade dabei hier. Was machst du da? Ich mache Verfalle. Das heißt, ich habe die rund ausgestochen, mein Nudelteig. Ja. Mit einem gezackten Ausstecher im Endeffekt. Und jetzt gehe ich in der Mitte, lege ich das eigentlich wie so ein W zusammen. Wenn man es nicht ganz genau nimmt, dann einfach in der Mitte einfach zusammendrücken. Und dann bekommt man eben diese verfalle Nudelform. Ich bemühe mich jetzt, meine Hand geradezu halten. Zittert etwas, aber ich glaube, man sieht es. Ja, und die koche ich jetzt einfach im Wasser. Und dann hat man eben selbstgemachte Verfalle. Ich glaube, dass es Kinder auch viel Spaß macht, so etwas zu machen. Auf jeden Fall. Und die Nudeln. Ja, ich glaube auch. Und man braucht sie auch nicht lange kochen. Das geht ratzfatz. Ja. Und das ist auch so ein bisschen ein Relikt aus meiner Lehre, aus meiner Ausbildung. Eben diese mediterrane Küche, selber gemachte Nudeln und so. Das ist für mich, mediterrane Lebensweise ist für mich was ganz Schönes. Momentan natürlich schwierig. Ja, Italien, Spanien. Aber sobald wieder alles schön ist, freue ich mich da, wieder Urlaub zu machen. Gut, dann, lieber Björn, auch von dir noch mal kurz die essentiellen Inhalte für unsere Zuschauer. Ja, ich wollte eigentlich dich mal fragen, Johann, wenn ich hier weggehe, ob du mal kurz gucken kannst, welche Klops ich nehmen soll, welche du am schönsten findest. Ich kann ja mal fünf Meter zur Seite gehen. Kannst du einmal gucken? Ja, ich kann das gerne machen. Wähle den schönsten Klops. Wir sind auch hier, liebe Zuschauer, mit den Abständen ganz perfekt. Wir fassen uns nicht an, wir probieren nicht gegenseitig. So, also, ich würde sagen... Ja, also, ich wollte dem Christoph zwei machen. Ja, also, ich würde sagen, es sehen alle schön aus. Ja, ja. Ich würde die Linken... Das kocht über. Das kocht über. Oh, das ist die Milch. Okay, ich würde die beiden Linken nehmen. Die was? Die? Die da. Von mir aus gesehen. Aber der sieht so eierig aus. Hier guckt auch noch eine Zwiebel raus. Da drüben. Den. Den. Und den, den. Ja, nimm das. Okay, komm, ich mach drei rein. So, ihr habt noch fünf Minuten Zeit, Leute. Fünf Minuten habt ihr noch Zeit. So, meine Spätzle dauern auch noch ein bisschen. Ich kann zwischendurch schon mal die Küche sauber machen. Natürlich auch wichtig ist, immer ein bisschen desinfektieren, die Hände zwischendurch, glaube ich, dass ich es mittlerweile auch gang und gäbe. Ordentlich die Hände waschen. So, jetzt, ihr Lieben. Noch mal ganz kurz, lieber Nelson. Ja. Wenn man so ein Gericht zu Hause macht, bei dir, die jetzt heute diese Verfalle, was würdest du sagen, was ist so eine Zeit, die man dafür einplanen muss, für eine Familie mit vier Personen? Ja, je nachdem, wie aufwendig man welche Komponenten macht. Aber ich denke, so eine Dreiviertelstunde, kann man da ruhig, Dreiviertelstunde, Stunde, kann man da ruhig für brauchen. Und ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit, ist das ja auch eine wunderbare Sache, wenn alle ein bisschen beschäftigt sind und man hat da ja jetzt keine Eile. Das ist natürlich was anderes, wenn ich irgendwie in Zeiten von Berufstätigkeiten koche, dann schaue ich natürlich, wie ich mir vielleicht den einen oder anderen Arbeitsschnitt erleichtern kann. Dann, wie gesagt, auch gerne die Verfalle kaufen. Aber wenn man Zeit hat, wenn man eh zu Hause ist, dann ruhig mal ausprobieren. Das ist auch, glaube ich, liebe Zuschauer, für Sie zu Hause natürlich auch etwas, was wir hier gerade jetzt besonders in den Mittelpunkt stellen, nämlich, ja, Sie zu motivieren, auch mal was anderes zu machen. Macht einfach mit, schaut genau hin. Und ich finde es so großartig, dass die drei Kollegen, sich hier hinstellen, auch einen kleinen, mit Augenzwinkern, einen Wettbewerb durchführen. Und ich finde es großartig, dass wir neben dem Wettbewerb auch extrem viel lernen können. Erstmal vielen Dank an euch drei, ihr seid großartig. Ich würde jetzt natürlich das ganze Publikum draußen glauben. Danke. Ihr macht das großartig. Dankeschön. Dankeschön. Ich hole jetzt meine Spätzle raus und zeige mal das, denn wir haben noch knapp drei Minuten und dann, wie gesagt, kommt das Ganze, der ganze Countdown. So, ich bin mir sicher, dass sie jetzt oben schön leicht braun sind. Die dürfen ja nicht dunkelbraun sein. Zeige ich das mal ganz kurz. Warte, komm mit der Kamera mit. So, seht ihr das hier? Ich stelle es da vorne hin auf der Herdplatte und da machen wir ein richtiges schönes Bild. So, damit jetzt... Weiß nicht mal, ob der Christoph gerne Muskatnuss mag? Nee. Schau her. Soße mag er gern. Soße mag er gern. Ein bisschen Olivenöl drüber, das ist immer ganz gut. So ein bisschen was frisches, saftiges drüber. Und ihr seht hier, ich nehme jetzt mal wirklich mal so einen Löffel und hole jetzt hier mal so ein Stück raus. Schauen Sie mal hier. Super saftige Spätzle, locker, der Käse zieht sich hier unten. Seht ihr das? Und so muss es sein. So. Und dann, wie gesagt, ich probiere jetzt natürlich hier. Wir probieren nicht gegenseitig. Mir schmeckt's und jetzt laufen die letzten zwei Minuten. Geil, mit Musik. So, jetzt sieht man bei Profiköchen, liebe Zuschauer zu Hause, wie es denen geht, die sonst immer nur besser wissend an der Seite stehen und unsere Kandidaten scheuchen, damit sie die letzten zwei Minuten alles fertig machen. Ich bin sehr gespannt, wer was, in welcher Form abgeben wird. 1,30 und Christoph Rüffer steht vor der Tür, ist schon natürlich bereit. Und ich bin gespannt, wie die drei Leibgerichte unserer Kollegen oder meiner Kollegen, die ich sehr schätze, aussehen werden. Man sieht hier bei dem Björnfreitag gerade das Püree, also Kartoffelstampf. Hier sieht man beim Nelson Müller schon den Fisch, den Kabeljau, den Skrei. Die letzte Minute, ihr Lieben. Oh, wunderschöne Klopse beim Björn. Die schöne Kapernsoße, ganz wichtig, mit Grün, mit Petersilie. Hat auch eine schöne Farbe durch den Senf. So bleibt der Schnitzel bei dem Mario. Ja, sieht gut aus. Ja, Bratkartoffeln, Schnitzel. Jawohl. Das Fleisch muss schwimmen, das ist ganz wichtig. Sehr schön, genauso muss es sein. Das Fleisch muss schön schwimmen. Noch 30 Sekunden, ihr Lieben. Sehr schön gemacht. Die letzten 20, ihr Lieben. So, guck mal, schöne Königsberger Klopse. Ich liebe es, so richtig saftig, mit genug Sausen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1 und vielen Dank, ihr Lieben. Vielen Dank. Habt ihr sehr schön gemacht. Ja, von den 3 Leibgerichten am heutigen Tag ist eins sicherlich herausstechend, der Skrei, weil der sehr viele Bestandteile hat und schon richtig, ja, schwierig auch ist, das Gericht. Die anderen 2, Schnitzel und Königsberger Klopse, sind einfacher gehalten, aber nichtsdestotrotz, es sind Leibgerichte und wenn sie richtig gut abgeschmeckt sind, dann wird das für mich heute hier ein richtiges Fest. Ja, dann bitte schön mit Abstand hinter den Tresen, denn ich bin jetzt natürlich so wie Sie auch sehr gespannt, wer meiner Kollegen jetzt wirklich, ja, außergewöhnlich gut gekocht hat, aber insgesamt haben alle 3 hervorragend gekocht. Hier ist er, der Mann mit 2 Sternen aus Hamburg, hier ist er, den wir sehr schätzen, Christoph Röffer. Hallo Christoph, willkommen. Muss man so machen, hallo zusammen. Ja, bitte, nimm Platz. Vielen Dank, dass ich heute essen darf hier bei euch. Dankeschön. Gerne. Weißt du, was ich so spannend finde in der jetzigen Zeit ist das Thema, man soll sozial näher kommen, aber mit Abstand, das finde ich auch ganz toll, oder? Das hätte man nie gedacht, dass es so etwas gibt. Hätten wir nie gedacht. Ja. Gerade in diesen schwierigen Zeiten, aber ich glaube, jeder weiß jetzt, dass er den Abstand auch braucht zum Nebenmann. Und wir sollten ihn einhalten. Umso schöner finde ich es einfach, hier heute so von euch fürstlich bekocht zu werden. Also herzlichen Dank. Es gibt natürlich die 3 Gerichte, wie du siehst. Die Idee dahinter ist, dass man 3 Punkte vergibt für das Beste und 1 Punkt für das nicht ganz so Gute. Die Punkte werden dann hier auf eine Tafel geschrieben und am Ende der Woche gibt es dann einen Sieger und der Sieger, der bekommt 3.000 Euro und das wird dann gespendet natürlich in diesen Zeiten für einen sozialen Zweck. Guten Appetit. Danke sehr, danke sehr. Ich fange mal hier an. Königsberger Klopse mit Kartoffelstampf. Ich nehme einfach das Kärtchen schon mal raus, weil jeder ist ja heute hier auch weiter. Sieht toll aus. Reichlich Soße. Sehr schöne Soße. Mh. 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 Die ist sehr lecker. Oh, das sieht gut. Oh, guck mal hier. Der ist locker. Hey, ist der locker. Innen gut gegart. Oh, der ist aber sehr locker. So, wie dieser sein soll, ne? Guck mal hier. Nur leicht mit dem Löffel draufdrücken und dann zerfällt der Klopse schon so schön. Das ist außergewöhnlich gut. Das ist richtig spitzenklasse hier. Schön. Sehr schön. Locker. Überhaupt, dass du überhaupt so hier die Form hält, der Klopse, ja? Weil das zerfällt im Mund. Das ist... Das ist schon schön, ne? So, du sollst nicht aufessen, du sollst probieren, bitte. So, dann haben wir hier noch so einen Schaum. Ich denke mal, so eine Art Milchschaum. Mh. Ganz fein. So, und dann haben wir noch den Kartoffelstampf. Ja, der ist hier so in der Mitte, so ein bisschen versteckt. Mh. Schön. Nicht zu fest cremig trotzdem. Ist kein Püree, es ist so stückig drin. Mh, auch gute Muskatnote. Lecker. Sehr schön. Toll, tolles Gericht. Motto auch 100% erfüllt. Leibgericht würde ich sofort aufessen. Wunderbar hier bei Rot. Vielen Dank. Grün. Schnitzel mit Spiegelei, Bratkartoffeln und Gurkensalat. Guck mal hier, zwei sogar, zwei wirklich knusprige Schnitzel. Super knusprig. Die Panate sehr schön. Mh, weich. Das merkt man schon beim Schneiden. Kein Anflug von Zähigkeit. Das knuspert gut, ne? Man hört, man hört, ja. Fantastisch. Bisschen Zitrone dabei. Das Spiegelei ist tatsächlich von den Hühnern, ja, das ist gestern gelegt worden erst. Von einem glücklichen Huhn, meinst du? Der Koch, der das gekocht hat, hat auch Hühner zu Hause. Ehrlich? Ach, also, Spiegelei, gut gemacht. Ich hätte jetzt auch nicht vermutet, dass da irgendwie einer sagt, Spiegelei kann ich nicht. Schnitzel ist schön knusprig, Gurkensalat. Das finde ich ja immer besonders wichtig. Ach, guck mal hier. Ganz anders, als ich dachte. Ich dachte, so feine Scheiben geschnitten, aber nein, das ist so auf so einem Spiraldreher geschnitten. Gut abgeschmeckt, toll Vinaigrette, rote Zwiebel dabei, sehr lecker. Sehr schön. Bratkartoffeln. Okay, also, was hier schön ist, Bratkartoffeln, Speck, Frühlingslauch, toll, bisschen Würze, schön frisch. Deut abgeschmeckt, gerade der Speck. Schön gemacht. Vielleicht hätten die noch ein bisschen mehr, länger in der Pfanne haben müssen, aber ist halt auch tricky. 35 Minuten, ich weiß das jetzt, ja, wie schwer 35 Minuten sind, wie die Zeit verfliegt. Boah, auch hier, ne. Scrum mit Salat von Bohnen, Barbecue, Vinaigrette, Verfalle und Paprikasud. Das ist, also rein optisch, ist das hier ein Träumchen. Das ist ein Träumchen. Und jetzt, ja, ich kann, ich habe sogar eine Vermutung bei diesem Gericht, wer das gemacht hat. weil diese Verfalle, die Art des Nudelteigs, gelb, schwarz, die kenne ich. Ich weiß, dass wir das früher in einem Betrieb gemacht haben, wo Nelson und ich mal zusammen, nicht zusammengearbeitet haben, aber wir waren im gleichen Betrieb zu unterschiedlichen Zeiten. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich es nicht mitbekommen habe. Ich vermute es jetzt mal so, ja. Aber verfalle auch an der Druckstelle, die dicker ist, als die normalen. Top gegart, muss ich sagen. Sehr schön. Ui, sehr gut, sehr gut. Bohnensalat. Oh, lecker. Weiße Bohnen, dicke Bohnen, Kidneybohnen, Brechbohnen, Bohnentier, noch Meeresböhnchen. Auch noch. Sehr schön. Knackig kalt. Feine Säure. Bisschen Schärfe. Oh, schön. Skrei. Ach, guck mal hier. Mensch, also wenn du heute schon am ersten Tag solche Gerichte raushaut, wie soll es erst am Freitag werden? Ja, da futter ich mich ja, das ist ja eine Festwoche hier für mich. Saftig. Saftig, zerfällt schön, einzelne Lamellen. Aber trotzdem fest im Fleisch. Gut gewürzt. Oh, Paprikasud ist 1a. Sehr gut. So, jetzt mein lieber. Tolles Gericht. Wunderbar. Wir wollen hier mit einem Augenzwinkern so eine schöne Entscheidung von dir haben. Ich schreibe dann gleich mit. Wer kriegt drei Punkte? Oder fangen wir an mit, wer kriegt den einen Punkt bitte? Soll ich mit einem Punkt starten? Oder mit drei, wie du willst? Ich starte erstmal, glaube ich, mit drei, weil das fällt mir, ehrlich gesagt, ein bisschen einfacher. Weil, ähm, es wird erst am Wochenende zusammengezählt. Also, wir haben ja da, also nichts passiert. Also nur der erste Tag heute. Also, alle drei Gerichte, muss ich ja nicht sagen, 35 Minuten, toll gekocht. Ähm, aber eins sticht natürlich heraus, weil es so ein bisschen wirklich immens aufwendig ist. und, ähm, drei Punkte bekommt von mir heute hier der Skry. Der Skry. Freut mich. Ganz ehrlich. Da freut mich. Nelsenmüller hat drei Punkte. Warst du's? Ich hab's ja so ein bisschen vermutet. mit den Verfalle. Ja, sieht doch aus Küche. Aber keine Dortmund-Nudeln, ne? Nee, keine Dortmund-Nudeln. ne, ne, ne. sehen wir mal so aus. Sehr willkommen, zwei Punkte. So, und jetzt, ja, ach, das ist ja schwer. Also, das geht ja hier jetzt nicht um gut und schlecht, sondern es geht eigentlich nur um meinen persönlichen Geschmack. Um mein persönlicher Geschmack. Wie man's vielleicht auch manchmal so merkt, ist ein bisschen soßenlastig. Und deshalb zwei Punkte hier für die Königsberger Klops aufgrund der fantastischen Kaffan-Soße. Das ist Björn Freitag, und einen Punkt hat dann Mario. Mario Kodasca. Also, drei, drei, eins. Ich hätte eigentlich dreimal drei Punkte geben müssen, aber ich darf's ja nicht. Es tut mir leid. Morgen ist auch wieder ein neuer Tag. So, liebe Zuschauer, das war's für heute am Montag. Morgen gibt's die Vorspeise. Bleiben Sie gesund. Essen Sie lecker. Wir freuen uns auf Sie. Morgen kochen wir wieder für Sie. Schönen Nachmittag. Tschüss. Tschüss. Das weiß ich. Schwarzer exhortiert, wie ich Lighthouse lecker Mai kann. utt bin nicht drin. Also nur nur noch Besuch war ich. dass mein Leben irgendwo kaputt dance. Und erst ein bisschen frei, die es mir wünschen. darbe panelists mitzub probably.